Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Heute an meiner Seite Dietrich Mondstadt, Mitglied des Deutschen Bundestages, Direktmandat hier für die Region gewonnen. Herr Mondstadt, schön, dass Sie da sind. Wir haben ein ernstes Thema. Herzlichen Dank für die Einleitung. Und das ist Diabetes. Und wie ernst das Thema ist, liebe Zuschauer. Das sehen wir uns gleich mal in einem kleinen Film an, wo wir Ihnen Zahlen und Fakten bringen. Diabetes ist eine Volkskrankheit. Alle 55 Sekunden erkrankt ein Mensch in Deutschland an Diabetes. Rund 10 Millionen Erkrankte gibt es mittlerweile bundesweit. Die direkten Kosten für das deutsche Gesundheitssystem liegen bei rund 16 Milliarden Euro. Das sind rund 10 Prozent des Gesamtetats. Herr Mondstadt, wir haben es gehört, Diabetes ist wirklich eine Volkskrankheit. Sie bemühen sich im Deutschen Bundestag um das Thema. Wie sind Sie als Anwalt, der Sie ja sind in die Erstausbildung, zu dem Thema Diabetes gekommen? Ja, das liegt ganz einfach daran, dass ich persönlich betroffen bin. Ich bin Typ-2-Diabetiker, also Insulinpflichtiger, Typ-2-Diabetiker und habe dann, als ich in den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages berufen wurde, mich für das Thema interessiert, mich für das Thema stark gemacht und habe dann auch erreichen können, dass meine Fraktion mir die Berichterstattung für Diabetes und Adipositas überträgt, sodass ich jetzt aufgrund der eigenen Betroffenheit mich für dieses Thema für die betroffenen Diabetikerinnen und Diabetiker einsetzen darf. Ja, man hört, Sie haben es selber angesprochen, Typ-2, Typ-1. Mehr Typen gibt es nicht. Es gibt diese beiden Grundtypen, Typ-1, Typ-2. Was verbirgt Sie dahinter? Also es gibt noch mehr Typen. Ich bin jetzt kein Mediziner, ich will das nicht im Detail erläutern. Im Wesentlichen ist es so, dass Typ-1 eine Erkrankung ist, die schicksalsbedingt ist, wo man noch nicht weiß, wo die Ursachen liegen. Meist im Kindes- oder Jugendalter fällt dann die Insulinproduktion, also die Produktion der Bauchspeicheldrüse vollständig aus, sodass dieser Patient dann darauf angewiesen ist, die gesamte Regulierung über eine Insulinzugabe zu lösen. Davon zu unterscheiden ist der Typ-2-Diabetes. Man sagt landläufig auch Altersdiabetes. Das ist verhaltensbedingt, dass man sich zu wenig bewegt, zu wenig zu schlecht ernährt, zu dick ist im Wesentlichen und dann im Laufe eines Lebens eine entsprechende Diabetes-Erkrankung ausbildet. Da gibt es zwar noch geringe Insulin- Produktionsmengen, das heißt die Bauchspeicheldrüse arbeitet noch, aber es muss dann durch entsprechende Medikamente in der Startphase oder später nachher durch Insulin unterstützt werden und das nennt man Altersdiabetes. Üblicherweise war das in den Zivilgesellschaften eher so zum Ende des Lebens ein Problem. Zunehmen wird es aber auch vorher ein Problem, sodass schon Kinder und Jugendliche, weil sie zu dick sind, weil sie sich nicht bewegen, schon an Altersdiabetes erkranken und das ist natürlich ein großes Alarmzeichen. Man hört ja immer so von extremen Erkrankungssituationen, wo Menschen erblinden oder wo ein Fuß abfault. Wie häufig ist das? Das findet statt, ja. Das ist eine der Folgeerkrankungen von Diabetes meditus. Diabetes ist eine Gefäßerkrankung, die schleichend über Jahre, wenn man schlecht eingestellt ist, wenn man also zu hohe Zuckerwerte hat, dann einen einholt. Das beginnt aber dann mit Gefäßerkrankungen viel gefährlicher, finde ich. Es ist nicht der diabetische Fuß, der irgendwann so schlimm wird, dass er amputiert werden muss, weil die Blutung nicht da ist, sondern viel schlimmer sind beispielsweise Nierenversagen, dass sie dialysepflichtig sind, Hornhautablösungen, dass sie da entsprechend behandelt werden müssen oder auch Schlaganfälle und Herzinfarkte, die dadurch produziert werden. Also eine Gefäßerkrankung, die den ganzen Körper erreicht und den ganzen Körper schädigt, zwar erst langfristig, nicht am Anfang, aber am Ende einer Erkrankung und da liegt die Gefährlichkeit dieser Erkrankung. Im Moment, Sie haben es ja gesagt, Sie sind keine Mediziner, aber hier nochmal die Nachfrage, im Moment ist ja, wie gesagt, durch die Corona-Pandemie ja auch bei den Diabetikern Unsicherheit da. Ist diese Gruppe besonders gefährdet? Ja, man kann nicht sagen, dass sie besonders gefährdet sind. Mit Diabetes geht einher im Regelfall Übergewicht und die Studien, die uns vorliegen, sagen, dass jemand, der übergewichtig ist, dann auch vielleicht Atemprobleme hat, schon Atemwegserkrankungen hat, natürlich vielleicht auch in der Immunabwehr geschwächt ist, natürlich eher in der Lage ist, dass er bei der Corona-Erkrankung eine entsprechende Komplikation bekommt, dann auch einen schwereren Verlauf in Kauf nehmen muss. Die Fachgesellschaften, also die Diabetologen sagen, wenn der Diabetiker gut eingestellt ist, also gut mit Insulin versorgt und mit den anderen Medikamenten, die man nehmen muss, wenn man das metabolische Syndrom hat, dann ist er nicht stärker gefährdet als der Normalmensch. Im Regelfall ist das aber nicht so. Viele Diabetikerinnen und Diabetiker sind nicht gut eingestellt oder nicht gut genug eingestellt und die sollen dann auch stärker gefährdet sein, vor allem dann, wenn sie übergewichtig sind. Wir sprechen ja hier von so einer dauerhaften Krankheit, Sie haben es auch beschrieben, schleichender Prozess, der zunimmt, wenn man nicht richtig eingestellt ist, wenn man nicht richtig auch diese Krankheit behandelt. Was kann man selbst tun? Können Sie als Erkrankte etwas tun, indem Sie meinetwegen gesünder leben, sich gesünder ernähren, mehr Sport treiben, mehr Bewegung machen und so weiter? Heilbar ist die Krankheit nicht? Heilbar ist die Krankheit nicht, jedenfalls das ist meine Definition. Sie können natürlich sich so verhalten, dass sie extrem abnehmen, dieses Gewicht halten. Bei der Nahrungszuführung, die ja, wenn man Nahrung aufnimmt, geht der Blutzuckerspiegel hoch. Wenn man die flach ausrichtet, wenn man wenig Kohlenhydrate isst, also mit geringer Ernährungsaufnahme, kann man die Erkrankung und das Krankheitsbild beeinflussen. Wenn man sich viel bewegt, viel Sport treibt, gesund ernährt, kann man auch sich so einstellen, dass man nicht mehr insulinpflichtig ist oder nicht mehr Tabletten nehmen muss. Aber wenn man dieses Verhalten ändert und wieder zu alten Lebensweisen zurückkehrt, übergewichtig wird, sich nicht genug bewegt, dann kommt das ja Krankheitsbild wieder, sodass man nicht sagen kann, das Krankheitsbild kann geheilt werden, aber man kann sich so verhalten, dass das Krankheitsbild positiv beeinflusst wird, in jeder Phase. Und man müsste, glaube ich, das eigentliche Problem ist, dass unsere Gesellschaft unter präventiven Ansätzen sich zu wenig bewegt und zu schlecht ernährt. Man muss in Jugendjahren schon anfangen. Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Wir haben es ja gehört in einem kleinen Film, wir haben 10 Millionen Diabetes-Kranke bei einer Bevölkerung von 80 Millionen. Das ist schon erheblich. Jede 55 Sekunden erkrankt ein Mensch an Diabetes. Wir wissen ja auch, das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, es gibt eine Diabetes-Strategie, dass man wirklich schon ganz früh anfängt. Ja, der einfache Satz, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr, gilt da auch. Wer lernt, schon in Schule sich gut zu bewegen, sich richtig zu ernähren und dieses Verhalten, sowohl was Bewegung angeht, als auch was Ernährung angeht, in das Jugendliche und Erwachsenenalter bis hin zum Alter fortzutragen, der hat eine große Chance, eine solche Erkrankung zu vermeiden. Das heißt umgekehrt, der, der es nicht macht, der sich zu wenig bewegt, übergewichtig wird, hat eine große Wahrscheinlichkeit, dass er an dieser Volkserkrankung erkrankt. Also ganz wichtig, viel Bewegung und gesunde Ernährung schon von Kindesbein an. Schon von Kindesbein an. Und ich glaube auch, wenn man präventiv dort rangeht, auch als Gesetzgeber, müssen wir motivieren, auch unsere Landesgesetzgeber, dass wir beispielsweise unser Verhalten an Schule ändern. Eine Doppelstunde, also zwei Stunden Sportunterricht in der Schule ist zu wenig. Früher, Sie und ich haben vielleicht noch Sport gemacht, indem wir rausgegangen sind, auf dem Bolzplatz und Fußball gespielt haben. Das gibt es heute nicht mehr in dem Maße. Die jungen Leute spielen alle möglichen anderen Dinge, jedenfalls machen sie zu wenig Sport. Und wenn wir das erkennen als Gesellschaft, dann meine ich, müssen wir dort gegensteuern und an Schule mehr Sportunterricht anbieten. Auch Ernährung. Wir machen Sexualaufklärung an Schule, aber keine Ernährungsberatung. Und wenn man nicht lernt, wenn man aus Familien kommt, die nicht mehr kochen, die auch nicht wissen, was gesunde Lebensmittel sind, dann kann man sich auch nicht vernünftig gesund ernähren und dann müssen wir den jungen Leuten helfen. Aber ist der Gesetzgeber da nicht auch gefragt, sprich auch der Deutsche Bundestag? Ich kenne das aus anderen europäischen Ländern, wo man Initiativen ja ins Leben gerufen hat gegen zuckerhaltige Getränke, wo man wirklich den Zuckergehalt per Gesetz abgesenkt hat und für extrem zuckerhaltige Getränke extrem viel Steuern zahlen muss, weil das natürlich auch, wie Sie sagen, natürlich dann in der Folge natürlich mit Krankheiten verbunden ist, wenn man sich ungesund ernährt. Das ist eine meiner zentralen politischen Forderungen. Ich glaube, in meiner Fraktion stehe ich da im Augenblick noch relativ einsam da. Aber ich glaube, es ist, wie sagen andere so schön, unverzichtbar, dass wir uns mit diesem Problem beschäftigen. Da, wo Industrie sinnvolle Bestandteile eines Produkts, nehmen wir mal Fertigpizza, durch Zucker und zuckerhaltige Produkte ersetzt. Da müssen wir als Gesetzgeber gegensteuern und diese Produkte jetzt nicht insgesamt verteuern, aber den Zuckeranteil besteuern. England hat uns vorgemacht bei Softdrinks, dass, wenn ein gewisser Anteil überschritten wird, dann eine Besteuerung einsetzt. Das hat dazu geführt, dass schlagartig der Zuckeranteil reduziert wurde, ohne dass der Konsum eingeschränkt wurde. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, dass die Leute, wie ich das angedeutet habe, die nicht mehr selbst einkaufen, nicht wissen, was gute Lebensmittel sind, wenn sie Fertigprodukte kaufen, darauf zurückgreifen müssen, dass sie dann gesündere Produkte bekommen, um diese Erkrankung von Diabetes ein Stück weit damit zu vermeiden. Ja, liebe Zuschauer, wir schließen ja ganz gerne einen Ratgeberanteil an unsere kleine Sendung hier an. Aber wir haben es, glaube ich, ausführlich erläutert, was Sie tun sollten, um Diabetes vorzubeugen, beziehungsweise was Sie tun können, wenn Sie Diabetes haben. Nämlich auf den Punkt gebracht? Ja, jeder muss sein eigener Gesundheitsmanager sein, in jungen Jahren Informationen darüber bekommen, was er falsch machen kann. Und wenn er dann sich richtig managt, genug Sport macht, sich richtig ernährt, kann er für sein Leben eine Erkrankung an Diabetes und vielleicht auch an Adipositas verhindern. Und das kann man jedem nur anraten. Herr Mondstadt, vielen Dank für das Gespräch. Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank für das Zuschauen. Und man sagt es ja heute, aber wir meinen es wirklich auch ernst, verbunden mit dem Thema Diabetes, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund.